Heute geht es um Memes. Und damit, hallo und willkommen zur 42. Folge der Onlinegeister, wieder aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Und heute, Folge 42, wir gehen die großen Fragen des Universums, des Lebens und des Seins an sich an. Denn, wie alle wissen, ist 42 die Ordnungsteile von Molybdenen. Genau. Aber wir haben uns entschieden, heute über Memes zu sprechen. Ja. Onlinegeister, Hausmeistereien. Was ist passiert im letzten Monat? Genau, denn bevor wir das Thema der Sendung machen, bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand. Und da habe ich jetzt erstmal ein schon aufreger Thema aus meiner Seite. Es kam heraus, ich würde jetzt auch mal die ganzen Resten mit Folge vorher. Das Thema Startup war alles okay gewesen. Folge 41, könnt ihr nachhören. Und die Interviews kommen auch noch? Die haben wir angekündigt, die sind unterwegs. Und was mich jetzt halt einfach ein bisschen aufregt, die Bundesnetzagentur, also unsere oberste Internetkontrollbehörde in Deutschland oder die, die halt eben das Ganze umsetzen sollen, haben gesagt, dass 56K-Bit ein funktionaler Internetanschluss ist. Wer es noch nicht, wer es nicht mehr kennt, denn wir haben ja heute auch, der haben wir schon ganz übersehen. Als Teil der Hausmeister rein. Hallo. Ja, genau. Also wir haben Adrian Starke heute mit zu Gast. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen? Genau, ich bin Adrian und ich mache gerade beim Christian Praktikum und habe hier heute die Gelegenheit, mal dabei zu sein. Herzlich Willkommen. Und für mich ist das jetzt auch gleich wieder so eine Sensibilisierung, nicht gleich losquatschen, auch Rücksicht nehmen auf die anderen. Sorry. Aber Adrian, das ist ja bis 17 Jahre alt. 56K-Bit, sagt dir das irgendwas noch? So Modemgeschwindigkeit und alles? Nee. Für alle, die es auch nicht wissen. Also die Internetgeschwindigkeit wird ja in M-Bit aktuell gemessen. Wenn wir davon reden, ich habe Internet 16.000, ich habe Internet 100.000, je nachdem, wo du wohnst, welches Anbieter du hast, dann sind das so und so viele Tausend meistens Megabit pro Sekunde. Ein Kilobit ist ein Tausendstel von einem Megabit. Erinnert euch an den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule? Kilo, Tausend, Megamillionen. Also 56.000 Bit seien ein funktionaler Internetanschluss, aber um einen guten Livestream hinzukommen, braucht ihr mindestens 16.000 Millionen. Also 16 Milliarden Bit pro Sekunde. Nur mal zum Vergleich. Und unsere Bundesnetzagentur ist der Meinung, 56K-Bit sei ein funktionaler Internetanschluss. Also um genau zu sagen, Zitat, 56K-Bit pro Sekunde in Deutschland darf als funktionaler Internetanschluss gesehen werden. Denn Anke Domscheid-Berg, das ist die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, hatte halt eine Anfrage bei der Bundesnetzagentur gestartet oder halt eben das entsprechend angefragt und hat diese Info dann bei YouTube bekannt gegeben und dann selben Atemzug auch die Bundesnetzagentur kritisiert, was ich mehr als ganz ehrlich verstehe. Gleich finde ich, ja, weil es nicht so 10 Watt aus der Steckdose ist, ein angemessener Stromanschluss. Davon kannst du ja keine Pizza backen, aber vielleicht leuchtet eine Glühbirne ein bisschen. Das reicht doch, oder? Und das ist aus meiner Sicht auch nicht nur unbedingt so ein Luxusproblem von dem Internet. Ich hänge mit meinem Unternehmen am Internet. Ohne Internet gäbe es mich als Unternehmen gar nicht, hätte ich keine Mitarbeiter und sonst was. Und da sind schon 16.000 Mbit eigentlich sehr, sehr wenig im Vergleich. Man kann auch gerne anfangen. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten oder Unis ist, aber da wird es ähnlich sein. In Halle kann ich ohne Internet nicht studieren, weil die Anmeldung, Prüfungsanmeldung, Veranstaltungsanmeldung läuft über Internet, wenn ich kein Internet habe. Dann kann ich hier nicht studieren. Ja, und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als wir Modem-Anschluss hatten. Also vielleicht hätte man nochmal einen Modem-O-Ton einbringen müssen. Manche Leute haben das sogar als Klingelton, habe ich mir festgestellt. Aber das waren halt eben wirklich diese klassischen Modems, die befinden sich heute vor allem in den Geräten, sind aber sehr viel leistungsfähiger als früher. Man kann telefonieren, während man im Internet ist. Das kann ich früher nicht. 56K-Verbindung ist halt wirklich so ein Vergleich wie, ich habe früher auch schon Podcasts gehört. Und da habe ich mal, ich glaube, das waren 5 oder 10 Megabyte, habe ich eine halbe Stunde gebraucht zum Download. Ja. Mindestens. Da haben wir uns immer in der Freistunde in den Informatikraum zurückgezogen und dann erstmal die Sachen runterladen lassen. Und dazwischen seid mir dann gequatscht. Zuerst mal quasi runterladen, Kaffee trinken wollen. Das ist scheiße langsam aus heutiger Sicht. Das liegt halt daran, dass die Richtlinie 2002, am 7. März 2002 festgelegt wurde und seitdem nicht mehr aktualisiert worden ist. Und ich fand 56K-Verbindung war 2002 schon wenig, oder? Verhältnismäßig wenig. Das ist die sogenannte Universaldienstrichtlinie, nach der sich halt die Bundesnetzagentur hält. Also da hat auf Anfrage von Golem die Bundesnetzagentur mitgeteilt, Zitat, Nach der derzeit geltenden Regelung wird unter einem funktionalen Internetzugang ein schmalbandiger Internetzugang verstanden. In der Universaldienstrichtlinie vom 7. März 2002 werden 56K-Bit genannt. Eine Rechtsgrundlage, Unternehmen zu verpflichten, Endkunden mit breitbandigen Internetanschlüssen zu versorgen, besteht nicht. Zitat Ende. Also mit anderen Worten. Telekom und Co. müssen es nicht machen. Und da jetzt ISDN bei vielen abgeschaltet wird, kennt man vielleicht hier und da schon mal gehört. Hab ich gehört, hatten wir aber nie. Nee, also bei meinen Eltern wurde dankenswerterweise in den 90er Jahren schon Glasfaser verlegt in der Straße. Das ist gut. Echt Schweineglück gehabt damals, wie ich im Nachgang dann festgestellt haben durfte. Aber eben ISDN ist so eine Zwischenlösung gewesen. Das wird jetzt halt langsam abgestellt. Und sorgt halt eben auch für viele, viele Probleme bei Endverbrauchern. Die hat eben ohne ISDN einfach nur ein Scheiß oder gar kein Internet mehr haben. Und das ist einfach notwendig. Wie du auch gesagt hast, für Studium beispielsweise. Ich meine, wenn du irgendwelche Fotokopien vom Dozenten bekommst, ist es auch mehrere Megabyte groß. Das ist einfach ein Teil des öffentlichen Lebens schon seit Jahren. Und da muss eigentlich im Entwicklungsland Deutschland, im Internetentwicklungsland Deutschland mehr passieren. Soll jetzt auch wieder was getan werden. Ich bin mal gespannt. Aber ja, sollte nur kurz erwähnt haben. Ja, vielleicht noch Vergleich. Das ist so, als würdest du eine Kreisstraße als Autobahn bezeichnen wollen. Ich meine, dankenswerterweise 2020 soll es eine Aktualisierung geben. Dann die Richtlinie über den Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation. So ein richtig, das geht einem leicht von der Zunge. Aber soll halt aktualisiert werden. Dann halt auch mit aktuellen Zahlen. Also sind wir mal gespannt drauf. Ich weiß nicht, wir regen uns da jetzt extrem drüber auf. Aber allein der Altersunterschied. Ich meine, ich bin um die 30, Tristan auch. A dran ist jetzt, darf ich sagen, zarte 17. Inzwischen fühle ich mich auch ein bisschen alt. Aber betrifft dich das irgendwie so aus deinem Lebensalltag, wo du dir sagen musst, okay, ist irgendwie scheiße? So ein Statement. Oder sagst du es halt, ja, es ist Politik, es sind Regeln. Also bei uns wurde erst vor kurzem so ein neues Internet verlegt. Deshalb, das war ja sozusagen erstmal ein großes Upgrade. Aber das vorherige Internet war auf jeden Fall nicht mit 56 Kabel zu vergleichen. War glaube ich bei 2 Mbit oder so. Aber da ich jetzt den Großteil meiner Zeit in der Stadt verbringe, kann ich jetzt schlecht dazu was sagen. Weil das betrifft ja vor allem eher ländliche Regionen, würde ich mal sagen. Ja, ist auch eher ein Problem in den ländlichen Regionen, das stimmt. Aber okay, es kommt, denke ich, auch immer darauf an, wie benutze ich es, privat oder beruflich. Aber Punkt aus. Mir fällt gerade ein, so das ist nicht 16.000 Kbit, also 16 Mbit, wenn man mit 16.000er Leitungen spricht. Dann wird es gerade irgendwie. Ja, wir haben es zusammengeschmissen. Gut, Korrektur für alle. Wir nehmen das jetzt nicht nochmal neu auf. Genau, 16.000 Leitungen ist 16.000 Kbit, aber trotzdem 56 Kbit. 15.000 Mal mehr ist gerade aktuell. Ja, wir haben es jetzt verrechnet. Sorry, an der Stelle. Statement steht trotzdem so. Okay, aber worauf man ebenfalls achten sollte. Hat es vielleicht gelesen. Ja, oder von gehört. Es gibt eine neue App, die sich Podimo nennt im Podcast-Bereich, deswegen für uns auch relevant. Und da gab es beim Launch jetzt einen gewaltigen Shitstorm. Adrian, kurz gefragt, hast du von Podimo da schon mal gehört? Noch gar nicht, nein. Okay, dann ist das, glaube ich, eher unsere Filterblase an der Stelle. Ich habe auf Twitter sehr viel gelesen, weil ich Leuten folge, die eigene Podcasts machen, die viele Podcasts hören und dann sprechen, retweetet und darüber gesprochen haben. Die wollen quasi Netflix für Podcasts machen, dass an einer monatlichen Gebühr man alle Podcasts hören kann, die da drauf sind. Das Problem ist jetzt, dass die nicht nur exklusive Sachen haben, da haben die auch einige, sondern sich alle möglichen kostenlosen Podcasts zusammengesammelt haben, in die App reingepackt haben. Und die Ersteller von kostenlosen Podcasts, wir zum Beispiel Online-Geister, würden da nur anteilig was bekommen, wenn die sich vorher bei Podimo melden. Hier, wir sind bei Ihnen, haben wir gesehen, können wir davon was abhaben? Und das geht eigentlich nicht. Das sollte auch vor allem nicht so sein. Ich frage mich, wie die auf die Idee gekommen sind, dass das rechtlich okay sein könnte. Da keiner Datenschutzbeauftragte was zu sagen. Ich habe nämlich da ein bisschen reingelesen einfach. Die App selbst kommt aus Dänemark. Das heißt, die kennen natürlich bei sich das dänische Recht vor allem. Da gibt es noch ein paar kleinere Unterschiede zum deutschen Recht, was da halt auch urheberrechtliche Sachen angeht. Nur als Beispiel, in den USA gibt es auch dieses Fair-Use-Prinzip. Also wenn du halt eben Inhalte für Bildungszwecke verwenden möchtest, darfst du das machen. Und das sind halt so kleinere nationale Unterschiede. Gibt es halt zu Dänemark auch. Aber nach deutschem Recht ist es nicht erlaubt. Da kann ich auch sagen, also ich glaube, die Macher haben es jetzt nicht böse gemeint an der Stelle. Es war dennoch eine sehr peinliche Sache, aber ich habe auch gemerkt, die haben durchaus nachgebessert. Denn wir als Online-Gaster wurden auch nochmal extra angeschrieben bei unseren Podcasts. Okay, das heißt, wir sind noch in Podimo drin? Also wir sind bei Podimo drinnen. Ich habe uns jetzt aber auch ganz normal angemeldet, dass wir den Podcast für uns auch geclaimt haben. Okay, das heißt, wir kriegen da Geld, wenn wir gehört werden? Müssen wir nochmal schauen im Detail, wie das dann läuft. Aber die haben sich zumindest schon mal aktiv bei uns gemeldet, was ich bereits einen Schritt in die richtige Richtung finde. Allzeit einfach nur das Ding zu launchen und so nach, wo du ja auch machst schon. Ja, also man hätte da, bevor man Geld verlangt für kostenlose Podcasts, sich besser informieren müssen. Ich finde das, sorry unter aller Sau, was die da abgezogen haben. Zudem monatlich was bezahlen für einen kostenlosen Podcast. Ich weiß nicht, an welches League-Gruppe das gehen soll. Exklusive Podcasts gerne, macht ja exklusive Sachen, macht Audible ja auch. Aber so. Gut, ich sage aber dazu, die produzieren auch Eigenformate. Also es sind aktuell, glaube ich, 20 Podcasts eigene Sachen. Also dafür soll dann, glaube ich, vor allem bezahlt werden. Aber ich denke, das Problem ist momentan, also sie zeigen sich ja durchaus reumüdig. Insofern, das halte ich ihnen auch zugute. Schlimmer hätte ich es noch gefunden, wenn sie gesagt hat, nö, wieso ist doch alles richtig. So dieses, dieser moralische Aspekt. Ich meine, rechtlich kann jeder mal irgendwie daneben tippen. Insofern, ich will da jetzt mich haschüren, aber es ist peinlich. Startups in dem Bereich, holt euch vorrechtliche Beratungen, damit ist sowas nicht passiert. Ja, definitiv. Ich meine, jede PR ist erstmal gute PR, aber an der Stelle würde ich das so relativ sehen. Denn, sag mal, wenn du rauskommst und dann gleich so eine Krisenkommunikation leisten musst, ich weiß auch nicht, vielleicht hätten die sich danach nochmal umbenennen sollen, ist neu versuchend. Aber, dass das, und wo wir gerade bei Podcasts sind, wir produzieren ja auch parallel zu unserer normalen Radio-Folge Podcast unsere Quickies oder einfach Podcast-Folgen. Und da reichen wir aktuell ja noch nach, beziehungsweise haben da nachgereicht, unsere Startup-Interviews in voller Länge mit Emilie von Hülsenreich und mit Paul vom Bundesverband Deutsche Startups. In Ausschnitten in letzter Folge. Genau. Und ergänzend noch habe ich ein Interview geführt mit Dr. Thulam Pham zum mitteldeutschen Ernährungsgipfel, also das Interview geführt, zum Thema, wie halt Social Media, Digitalisierung etc. auch Ernährungsindustrie und Ernährungsgewohnheiten verändern kann. Durchaus spannend, interessant, ist auch ein Koryphäe in dem Bereich, also reinhören lohnt sich. Mache ich mal. Dann zum Einstimmung ins Thema ein passendes Lied, das ihr vielleicht schon mal gehört habt in diversen Varianten. Ich habe es vorher noch nie komplett gehört, aber ein Grund mehr, sich das mal zu geben. Sam! Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Inweis in eigener Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com slash Newsletter www.onlinegeister.com